Wie sieht es mit der Kreuzung hier aus? Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Hier ist dann nochmal Katastrophenschutz. Also ich meine hier so wie in Anno zum Beispiel, wenn du von einer Katastrophe heimgesucht wirst. Dass du dann Geld bekommst. Oder wie hieß das andere? Tropico. Also da kriegst du ja auch Geld von den Alliierten, von der Krone dafür, dass halt alles kaputt ist. Das war's. Das war's. Das war's. Ein geschützt. Wo ist denn meine Katastrophenschutzanheit? Rettungshubschrauber Depot? Oder Schubschrauber Depot? Ja, ich schuze. Ajojo. Untertitelung des ZDF, 2020 A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. Abwasserklärung braucht Strom. Wir haben doch Wind. Wasser brauchen wir hier auch in der Katastrophenschutzeinheit. Das Problem ist, hier oben fehlt mir die Abwasserklärung. Wasser. Dann muss ich wieder ein Darlehen aufnehmen. Weil ich hier eine Kanalisation, eine Kläranlage bauen muss. Abwasserklärung schleppt so ein bisschen vor sich hin. Okay. In einer Stadt. Ja. Dann brauche ich eine Müllverbrennungsanlage. Mehrere Probleme. Wobei, die hat sich sehr gut. Was hier? Bereits im Wiedereroppaar. Ok. 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 Sehr schön. Damit kann ich die Abwasserklärung jetzt auch wieder unterbringen. Und die läuft wieder. Es läuft wieder. Der Verarbeitungsstatus ist zu gering. Erzeugt ein Recyclingzentrum. Bodenverschmutzung. Kosten und Halt. Wasser, Strom. Nicht entsorgter Mehl kann zu Verschmutzung führen. Verschmutzung 100. Ah, da steht es. 25. Ja, minimale Bodenverschmutzung dafür, dass hier recycelt werden kann. Parkpflege. Hier ist doch... Ah, ne, der Park war hier unten. Oder? Oh, ja, fast. Hier unten haben sie keinen Strom. Ich mach das an. Einfach mal ganz einfach. Ich nehm hier ein großes Budget. Und... Hm, wohin mit hier? Stecher in Solartomkraftwerken. Wie viel Strom haben wir jetzt? Ja, das reicht erstmal. Dann kurze Antennenlast. Hohe Antennenlast. Hohe Antennen her. Hohe Antennen. Hohe Antennen hat mir normaleIn Я-Peanboy-Mestockwerken. Es soll keine Notfallfunklöcher geben. Die Masten brauchen Strom. Okay, da steht einer. Ist hier noch irgendwo einer ohne Strom? Nein, gut. Wobei... So, Schule wird wieder aufgebaut. Und dann steuern. Habe ich jetzt mal ein bisschen hoch gestellt. In der Hoffnung, dass mir jetzt nicht mein System explodiert. Friedhof gibt es hier zum Beispiel gar nicht. Das wird der Freiheitsstatuen Memorial Friedhof. Wir gedenken der Toten des heutigen Tornados. Der nennt sie Cock-Tunnel. Sonst bin ich sehr erwachsen. Na schön. Sehr schön. Dafür kann ich auch das Budget erhöhen. für Katastrophenversorgung. Dann wollen sie mehr Wohnraum haben. Dann machen wir das so. So. Und so. Ja, jetzt gehen mir halt erstmal einige Leute flöten. Aber dafür schaffe ich neuen Wohnraum in einer großen Innenstadt. Darlehen. Das kleine Darlehen kann ich jetzt schon mal zahlen. Beziehungsweise das mittlere. Was? Zelle? Straßenzelle. Ah, Maut. Stimmt. Stimmt. Ich kann ja Mautstellen einrichten. Große Mautstelle eine Richtung. Huh, huh. Wer fahren will, muss freundlich sein. Wir kommen an einer großen Mautstelle. Vielleicht noch größere Autobahnabschnitte. Hoffentlich wird es in der Stadt beruhigen. Wirklich, sie wollen Wasser und Strom. Ach, come on. Also gut, Strom kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, aber Wasser, wirklich. Hier gibt es ein Windrad extra für euch. Angenehm Tunnel. Oh. So und auch hier kommt eine Mautstelle hin, die ich erstmal ein wenig drehen muss. Autobahn. So. Auch ihr wollt Wasser und Strom haben, wie es aussieht. Hätte ich mit rechnen können. Aber Strom müsstet ihr ja durch die Nahverbindung haben. So, wunderbar. Dann gucke ich mir nochmal die Verkehrsplanung an. Ja, hier stockt es ein bisschen. Ähm. Ne, machen wir es so. Autobahn. beziehungsweise Autos. Die Einfahrt hier kommt sehr stark ins Stocken. Und auch hier stockt es sehr stark. Und auch hier stockt es sehr stark. Und auch hier stockt es sehr stark. Und auch hier stockt es mal liegen. Ja, das ist nicht schön. Komm, hier habt ihr mal einen botanischen Garten. Ich muss den in der Strasse platzieren. So. Genieß den Ausblick. Oh. Die wollen die Straßen verbringen. Wo soll ich denn das wissen? Kleiner Park. Haupttor. Uh. Na, das hätte ich ja wissen müssen. So. Haupttor. Oh. Oh. Das ist jetzt nicht schon wieder meine. Meine Kläranlage ist schon wieder abgekackt. Oh. 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 Tsunami. Oh. 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 Ähm. Und hier staut sich alles. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020